Hallöchen miteinander. Ich kann heute leider kein Video hochladen oder gestern, weil YouTube sich die ganze Zeit bei mir aufhängt, komischerweise. Hier, man sieht's, ich hör mal auf die Tasten, links, rechts, klick, regnet. Okay, das war nicht falsch. Einzige Möglichkeit ist noch zu wenden, nämlich gerade Firefox. Das ist ja bereits schließen. Und naja, irgendwas mit Öffnett. Hier, ich versuch. Sieht schon hier, es hängt sich schon wieder auf am Rad. Ich kann machen, was ich will. Sorry Leute.